So, hallo meine lieben Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen FIFA-Orakel mit Holstein Kiel. Ja, die States haben sich wieder geändert, die Live-Form ist wieder nach unten gefallen. Ja, das Spiel gegen Nürnberg. 3-1 verloren, ja. Was mich ja so erschüttert hat, war ja nachher, ich hab noch nie so viel Gegenwind von der Fanszene gekriegt wie von Nürnberg. Obwohl die gewonnen haben, haben die jedes Scheiß kommentiert auf meinen Videos. Klar, das können die ja gerne mal machen, aber so dermaßen herablassend, beleidigend und sogar rassistisch. Also, oh, puh, das war echt, also schon heftig. Hab ich noch nicht erlebt, nicht mal von den Pauli-Fans. Also, das ist schon echt hardcore gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wie es dem auch sei, Holstein Kiel muss eigentlich gewinnen, kann aber auch ein Unentschieden spielen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, hat heute Regensburg gespielt, weiß ich gar nicht, die Leute spielen auch, glaube ich, morgen. Und damit sie den dritten Platz halten. Na, Hamburg hat heute gewonnen, auch noch. So, wir wollen direkt mal loslegen, mal schauen mit unseren schönen Orakeln. Ja, Holstein Kiel spielt im Blau. Ich weiß gar nicht, wie die in Ingolstadt Heimtrikot-mäßig spielen. Ich gucke mir Ingolstadt ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich. Naja, es ist halt eben Ingolstadt. Okay. Wie dem auch sei, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, aber es interessiert uns gerade nicht. Wir wollen ja jetzt direkt weiterlegen. So, und damit herzlich willkommen zum Orakelspiel in Ingolstadt. Ingolstadt gegen Holstein Kiel. Wir spielen mit Holstein Kiel. Und Holstein Kiel wird wahrscheinlich, ah, ich denke mal, wir werden schon vernünftig spielen. Ich hoffe, daraus haben sie gelernt. Aber andersrum, mit diesem Trainerwechsel, das könnte auch so eine psychologische Sache gewesen sein. Da, ähm, man guckt sich ja zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt an. Die haben heute ja schon wieder verloren. Auch zwar jetzt gegen Bayern verloren. Aber, seitdem Niko Kovac seinen Wechsel bekannt gegeben hat, ist vorbei. Ja, also, ähm, da ist vorbei. Seitdem gewinnt sie nicht mehr. Und das wollen wir doch Kiel nicht wünschen. So, und los geht's. Kiel in Blau. Ich kann ja nebenbei nochmal meine Eindrücke vom Stadion sagen, wir waren ja da gewesen. Ähm, wir hatten Nürnberger Fans im Blog gehabt. Und das war eine reine Katastrophe. Einige Nürnberger waren total vernünftig, haben mich auch ganz nett mit ihnen unterhalten. Waren ganz nette Leute. Andere Nürnberger, die haben so Theater gemacht. In unserem Kieler Blog haben die so Theater gemacht. Und hämisch und verachtend gewesen alles. Die haben sogar fast von den eigenen Nürnberger was aufs Maul gekriegt. Das war also schon echt heftig. Und die Ordner stehen da. Stehen wirklich mit übereinander gestrengten Armen da. Hauptsache geil aussehen. Aber haben überhaupt nichts gemacht. Gar nichts. Schrecklich sowas. Also solche Ordner, auf die kann man auch verzichten, ne? So, Vandenberg kommt mit nach vorne. Hat viel, viel Platz. Aber leider wird daraus nichts. Ach, das ist ja schon wieder ein blauer Schiedsrichter. So, Kinzombie. Der hat auch Platz. Der kann schießen. Oh, wird aber abgefangen. Na ja, und da waren dann eben halt auch die vernünftigeren Fans. Die haben sich dann die Idioten geschnappt. Haben dann zu denen auch gesagt, pass auf Leute, ihr seid eine Schande für alle Nürnberger Fans. Ihr könnt nicht mal unsere Lieder singen. Ihr benimmt euch hier wie Sau in den Kieler Blog. In Kieler, ihr seid hier Gäste. Und ihr habt hier Respekt zu haben. Ansonsten müssen die mal den Gästeblock gehen. Ja, das war dann nicht gut. Also das war echt schade eigentlich. Marvin Doxsch hat auch wieder Platz. Der kann es machen. Und. Ui, ui, ui. Ja, und folgendessen war das so. Ja, mein Vater hat sich auch einen von denen gekrallt. Und, ähm. Ach, das war nicht schön. Das war auch überhaupt nicht schön. Außerdem gefällt mir der Block auch nicht, wo wir da gewesen sind. Aber wir mussten ja eben halt den nehmen, der war ausverkauft. Das Spiel war ja ausverkauft, war ein Top-Spiel. Ähm. Von der Atmosphäre her sehr toll. Die Kieler Fans ein. Eine, ja. Die Kieler Fans waren toll. Also, dass der ganze H- und I-Block zusammen gehüpft ist. Das habe ich ja, äh, noch nie gesehen, glaube ich. Vor allem sieht es ja geil aus, weil er ja nun erweitert und vergrößert worden ist. Es war eine hüpfende Menge. Es sah echt toll aus. Du wirst auch mal ein Video zu sehen, tatsächlich. In meinem Stadion-Video, was ich da gemacht habe. Und das sah echt mega toll aus. War, also, klasse. So, jetzt aber zurück in Ingolstadt. Und Dominik Drexler mit dem Ball. Er verdrippelt sich ganz gerne mal. Er drippelt sich manchmal fest. Da ist aber Tom Weiland. Tom Weiland. Auf. Drexler. Kann es machen. Oh. Oh, und dann durch die Beine vom Torwart. Ne, Wahnsinn. Und dann geht er doch nicht. Aber es müsste Eckball nicht geben. Ich habe mir vorgestellt, der war noch irgendwie dran. Aber kann mich auch ein bisschen getäuscht haben dabei. So. Oh, nein. Der war schon dran vorbei. Da habe ich so spät reagiert. Vandenberg. Hat Platz. Auf Drexler. Der kann auch schießen. Aber er drippelt normalerweise viel lieber rein. Ball gewinnen. Nochmal von Vandenberg. Oh. Nochmal Ball gewinnen. Marvin Dox. Dominik Drexler. Verliert den Ball. Kann sich den nicht zurückholen. Kim Zombie. Uiuiui. Ach man, ich denke immer, der Schiedsrichter oben ist einer von uns, ey. Schön. Oh. Ach, herrje. Kriegt Mühling auch gleich die gelbe Karte. So. Schön rausgeholt da. War nichts gefährlich bei alles in Ordnung. Müssten Sie aufpassen. Bei Nürnberg, da sind Sie ja draufgegangen bei sowas. Die Nürnberger haben Sie wirklich mit den Standards überrascht. So, Mühling. Auf Dox. Der hat Platz. Äh, was machen die da? Okay. 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 Laufen wir noch ein bisschen rum. Na, siehst du. Super. Boah, aber er war ein sauberer Pass auf Dox. Wahnsinn. Ja, auf der anderen Seite kam Dominik Drexler noch. Aber. Ja, der, der Dox hatte Platz. Der hatte Platz. Den muss er machen als Stürmer und den macht er auch. So, können wir einen Zombie mit dem Ball gewinnen? Na, Quatsch. Kingstie Schindler meine ich. Entschuldige. Auf Dox. Kommt nicht ganz ran. Aber Kingstie Schindler verliert den Ball. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, aber auch nicht weltbewegend. So, nun haben wir es. Drexler. Ach, nee. Wieder der Schiedsrichter. Der blaue Schiedsrichter. Das sollte verboten werden. Ach, schön. Drexler. Huch. Da war ja nichts los. Ich finde, da kann man sich auch ein bisschen pingelig anstellen. So. Die erste Halbzeit 1 zu 0 war ja gar nicht mal so schlecht. Das ist es ja eben halt. Holstein-Kiel kann immer sehr viel Druck machen. Nach vorne hin. Ähm, ist Holstein-Kiel ja beim Spiel gegen Nürnberg nicht gelungen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ging alles nur in eine Richtung. Und zwar aufs Nürnberger Tor, auf Kirschbaum. Aber sie haben die Kugel da einfach nicht reingekriegt. Das war wie zum Verrücktwerden. Ne? So. Und jetzt ist es eben so genauso. Ball Besitz geht mehr an Ingolstadt. So. Zweite Halbzeit. Kann man erforschen, dass Alexander Mühling nochmal ausgewechselt wird. Aufgrund der gelben Karte. Ach, ja. Weiland hat nicht locker gelassen. Guter Einsatz. Oh, schön. Vandenberg mit dem Ball gewinnen. Gewinnen. Oh, wie konnte denn da vorbeirutschen? Da. Mühling mit dem Ball gewinnen. So. Auf Drexler. Der hat auch nochmal eine gelbe Karte gekriegt. Und das müsste... kein Abseits sein, weil sich Marvin Dux nicht aktiv daran beteiligt. Schön. Zichos mit dem Ball gewinnen. Hermann. Dox. Oh. Da habe ich schon weiter geguckt. Ich war schon eigentlich startklar zum Schießen. Ja. Och Mann, das... Wie der, 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 der Schiedsrichter, der gelbe, äh, der blaue. Ach, herrje. Aber der Schiedsrichter kann nicht immer dran schuld sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dann abseits. Aber... Mich hat auch gewundert, dass der, ähm, der Anfang den Leverenz nicht reingenommen hat. Und den, den Vandenberg. Ich glaube, der Vandenberg war nicht drin beim letzten Spiel. Total ätzend. Solche Spiele überhaupt gar nicht einzuwechseln. Ich verstehe es nicht. Aber ich bin kein Trainer von Deutschland. Kiel. Ich bin Trainer von SG Schleswig. Und da setze ich auch mal ein paar Leute rein. Schön, der Pass. Jetzt noch oben weg. Ach, okay. Weiter kämpfen, weiter kämpfen. Weiter kämpfen. Oh, wie wird der denn festgehalten einfach? Oh, 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 Freunde. So, ich werde mal ganz kurz einen Wechsel. Wechseln, wechseln, wechseln. So. Wer da? So. Da haben wir ja schon Mühling. Den setze ich den Leverenz rein. Leverenz nimmt die Position von Weiland. Dominik Drexler kommt für... Oh, ich ne Peizzi noch mit nach vorne. Obwohl er ja eigentlich mehr die Doppel-Section spielt. Da müsste sich ja alles komplett verändern. Und Aaron Seidel. Seidel, der hat momentan eine Formschwäche. Also ich finde... Also bin momentan mit Seidel nicht zufrieden, wie er in Wirklichkeit spielt. Ach, ey. Oh, komm. Ah, komm. Jetzt aber. Schön. Patrick Herrmann mit dem Ball gewinnen. Schindler kommt dran vorbei. Platz. Schöner Passe auf. Aaron Seidel. Dominik Peitz sieht Seidel mitlaufen. Seidel ist nicht schnell, aber er kriegt ihn trotzdem. Gibt den Pass in die Mitte, aber der kam zu weit. Leverenz hat den Ball noch. Oh, die Flanke kommt nicht. Seidel mit der Flanke nochmal rein. Auf Schindler. Kingsley Schindler mit dem 2 zu 0 gegen Ingolstadt. Nach einer wunderschönen Flanke von Aaron Seidel gerade eingewechselt worden und kommt jetzt mit einer schönen Vorlage. Er hatte eben gerade selber noch das Tor auf den Fuß gehabt. Wurde abgeprallt. Durch einen guten Einsatz von Leverenz blieben sie noch am Ball. Flanke ging nicht, denn zu Aaron Seidel. Aaron Seidel mit der Flanke zu Schindler und Tor. Schön gemacht. So. Schmidt. Pfeiland. Ui. Sichers. Pfeiland. Seidel. Der ist ganz alleine. Oh, bitte. Und ich dachte, ich knall den mal schön kräftig rein. Und was ist? Ach ja. Okay. Kann man auch mal einfach mal nicht treffen. Und etwas weiter übers Tor schießen wir am American Football quasi. Na ja, Gott. Das ist Fußball. Aber wenn ich so was im Stadion sehe, da hatten wir auch einen Schuss von. Ich glaube, das war sogar von Dominik Schmidt. Und jetzt haben wir Steven Leverenz. Der hat aber mal Platz. Der kann es auch mal rennen. Das darf doch nicht sein. Oh, Gott. Es darf doch nicht sein. Oh, Gott. Herrje. Na ja, Gott. Ja. Dummik Schmidt war es, der, glaube ich, die letzte Chance in der ersten Halbzeit hatte. Und der knallt das Ding auch kilometerweit übers Tor, Freunde. Sowas von weit übers Tor geschossen. Da dachte ich auch nur... Wenn man so der Körperhaltung sieht, ne? Dass der Ball einfach, weißt du, der hat den Drücken nach hinten. Und knallt ihn so weit übers Tor, da weißt du schon, okay, der wollte ihn nicht treffen. Weißt du, man... Als Profifußballer weiß man ja eigentlich, okay, man macht sich dann ja mal... Man legt sich mit dem Oberkörper über den Ball und knallt das Ding dann rein. Aber er legt sich nach hinten und knallt das Ding übers Tor. Und das ist dann eben halt Wahnsinn. Das war ja eben gerade jetzt hier auch zweimal der Fall. Ja, Freunde. 1-2 zu 0 hier im Spiel wäre ein Wunschergebnis. Wirklich wäre ein Wunschergebnis, was ich aber nicht glaube. Da ich glaube, Ingolstadt ist erstmal eine brettharte Mannschaft. Das erstmal. Das habe ich über Nürnberg auch gesagt. Und ich denke auch tatsächlich, es geht unentschieden aus. Wie es unentschieden ausgehen mag, das weiß ich nicht. Also ich denke, ich kann mir vorstellen, 2 zu 2. Ich gehe aber von 1-1, 1-1, 2-2, unentschieden gehe ich aus. Leider ist es nun mal so. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge fassen, dass Holstein Kiel eben halt wirklich glücklich da ist, wo sie sind. Weil sie sind erst aufgestiegen, sie haben eine Top-Saison gespielt. Und man darf auch über eine Niederlage gegen Nürnberg auch überhaupt gar nicht enttäuschern. Ich weiß auch gar nicht, warum mich die Nürnberger Fans versuchen zu ärgern, wenn die solche Scheiße schreiben von wegen, viel Spaß in der Relegation, pipapo. Und Wayne interessiert mich nicht, ist doch geil. Und wenn sie in der Relegation spielt, vielleicht spielen sie doch gegen Hamburg in der Relegation. Und vielleicht fliegen sie auch raus aus der Relegation. Aber scheißegal. Wir haben eine geile Saison gespielt und ich finde es trotzdem geil, was wir machen. Deswegen, wir sollten mit allen dem zufrieden sein, was Holstein Kiel tatsächlich macht. Und ihr solltet auch zufrieden sein mit dem, was ich hier mache. Denn ihr lasst jetzt ein Abo da, einen Daumen nach oben und schreibt was dann in die Kommentare rein. Guckt das nächste Video, kommt nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.